Der heilige Tempel in Jerusalem war nicht mehr ein Haus des Gebetes, sondern zu einem Marktplatz geworden. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhe gemacht. Das ist meine Tiere frei. Halt die hinauf! Halt die hinauf! Halt die hinauf! Huf die Waffe! Huf die Waffe! Huf die Waffe! Untertitelung des ZDF, 2020